Ein Hühnchenbein? Ein Hühnchenbein! Party! Fertig! Lass es uns einfrieren! Tada! Es schmilzt in meinem Mund! Wow, ich bin überrascht! Soße, Schere, Stein, Papier! Ja! Karbo, die Soße! Hühnchen braucht immer die Soße! Ja, das stimmt! Du wirst das scharfe Hühnchen essen! Ich werde gewinnen! Kannst du nicht! Schere, Stein, Papier! Ja! Toll! Mayonnaise! Du isst die scharfe Hühnchensauce! Schere, Stein, Papier! Wirklich gut! Du musst auch so viel essen! Oh, tut mir leid! Schere, Stein, Papier! Ja! Ich will den Honig! Das super scharfe Huhn! Ahahahahaha! Das klappt so gut damit! Ich weiß, dass der Senf gut ist! Ist ganz viel! Nein! Lass mich das scharfe Hühnchen probieren! Wow! Das ist so scharf! Das letzte! Schere, Stein, Papier! Ja! Toll! Ich will den Ketchup! Und du isst das scharfe Hühnchen wieder! Wow! Ah! Wow! Es lief so gut! Eine scharfe Hühnchen-Mayonnaise! Das ist gut! Ah! Nein! Ich brauche Wasser! Cooler Twister! Tschüss! Gut! Tschüss!